Hallo und herzlich willkommen zu diesem Türchen. Was soll ich euch sagen? Wir fahren, also wir waren gerade eigentlich auf einem kleinen Martinsmarkt und haben jetzt Lust nochmal irgendwie Kaffee und Kuchen zu essen, trinken und wir fahren jetzt zum Conny's Diner. Das ist so ein American Diner. Mega toll. Mal gucken, was ich da bestelle. Vielleicht kriegen wir auch gar keinen Platz. Schauen wir mal. Conny's Diner ist übrigens in Bergkarm und ja, ist halt so richtig schöner Laden und wir waren da schon häufig. Lange nicht mehr. Ich hoffe, sie haben noch sowas wie die Freakshakes oder so. Darauf hätte ich gerade Bock. Das ist Zuckerschock pur. Und natürlich haben die da auch warme Gerichte und nicht nur süßen Zuckerkram. Man kann da auch lecker frühstücken. Ich bin einfach mal gespannt. Wir waren da echt lange nicht mehr. Also mittlerweile bestellt man hier alles online. Man hat dann so einen QR-Code. Da ist dann die Karte. Und dann bestellt man aber auch alles online. Also halt als würde man zu Hause bestellen, nur dass man das Essen dann hier an den Tisch bekommt. Irgendwie witzig. Was sagt Schatzi dazu? Warum nicht? Ist okay, wenn man sich damit auskennt. Ja, und wenn man halt kein Handy hat oder so, dann wird man, glaube ich, auch ganz normal bedient. Was gibt es an Desserts? Also Mini-Churros mit Puderzucker und Schokoladensoße. Dann Kürbiskäsekuchen mit Karamellsoße. Klingt lecker. Boston Brownies. Und dann ein Haufen Ben & Jerrys. Also Eis. Ja. Ich habe mir übrigens einen veganen Burger bestellt. Ich habe da heute voll Bock drauf. Also ich esse nicht mehr komplett vegan, aber halt sehr häufig vegan und achte noch auf die List. Und Marvin hat jetzt einfach einen Burger bestellt. Ja, mit Hähnchenfleisch. Aber ich habe heute eher kein Bock auf Fleisch oder sonstige tierische Produkte. Und sie haben richtig toll vegane Mayonnaise, was ich richtig feiere, weil ich halt die normale Mayonnaise auch nicht abkann. Also mal fernab von Tierleid und Co. Ich vertrage sie nicht. Ich feiere das total. Also wow. Das heißt, ich kann heute essen, ohne Bauchschmerzen zu kriegen. Auf Wiedersehen, Kätzchen. Uns wurde gerade die Bestellung gebracht. Das ist wirklich cool. Dankeschön. Guten Appetit. Danke sehr. Guck mal, lecker, lecker. Isst du meine Pommes? Nein, seine sind auch beim Ding. Ach, meine sind da drauf. Aber wie süß die war. Schatzi muss gerade meine Süßkartoffelpommes essen, denn ich bin schon voll satt. Macht ihm ja auch so viel aus. Ich kämpfe mal mit mir selbst. Ganz schrecklich, oder? Nein, aber das Essen war mega, mega, mega lecker. Also wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden. Wir sind jetzt aus dem Connys Diner wieder raus. Wir haben köstlich gegessen. Vegan kann man da auch wundervoll essen. Schatzis Fleischgericht war auch gut. Köstlich. Meins war auch köstlich, will ich ja nur mal sagen. Die kleine Roboter-Katze hat mir mein Herz gestohlen. Wie kann man, das ist so niedlich. Es ist nur eine Maschine, aber sie ist einfach so super, super niedlich. Die Sonne blendet ein bisschen. Aber ja, wir würden da wieder hinfahren. Wir sind eh Connys Diner immer gerne hingegangen. Aber die haben halt jetzt ein paar Sachen verändert. Und es ist halt schon ziemlich cool. Das Online-Bestellen ist natürlich erstmal so ein bisschen merkwürdig. Aber es ist halt so, als würdest du zu Hause sitzen und dir was zu essen bestellen. Nur, dass es dann an deinen Tisch kommt. Also auch irgendwie total simpel und cool. Bezahlen, sagte sie. Eher am Ende machen. Nicht direkt. Aber ansonsten alles super, super entspannt gewesen. Super nette Bedienung. Essen lecker. Getränke gut. Schöne Auswahl. Würde sagen, bis zum nächsten Mal.